der dax heute mit echter chance auf eine grüne tageskerze das scheint zumindest ausgemacht zu sein der tag ist fast rum und nach fünf tagen nur rot hier im chart ist das erste mal wieder grün aber keine sorge das ist ja noch kein weltuntergang dass wir hier mal in die pause gehen druck nach oben allerdings muss man sagen ist jetzt auch nicht wirklich entstanden zumindest wenn man den hinteren teil hier sich mal anguckt so typischerweise etwas korrektives aus also dass der markt eben nicht in der vollwertigen aufwärtssituation ist und beste chancen hat danach wieder runter zu gehen also ich würde das was wir als aufwärtsbewegung heute wahrgenommen haben noch nicht so super scharf bewerten bis dahin hätte ich sogar noch gesagt mensch das ist doch gar nicht so schlecht die bewegung die wir hier jetzt haben ist scharf nach oben gewesen korrektiv nach unten und noch meine fortsetzung nach oben wenn diese ähnlich stark ist wie diese aber realistische chancen das ist sogar weitergeht impuls lässt grüßen aber stattdessen hat der markt gesagt naja hoch von mir aus aber eben korrektiv stichwort für die profis unter euch das sieht aus wie ein ending der jörgene also ebenfalls quasi ein ganz normaler eins zwei drei oder abc eigentlich müsste man sagen bewegung aber irgendwie hat man den eindruck naja gut jetzt lass gut sein noch immer wirkt vielleicht auch für den ein oder anderen die idee des wochenumkehr shootingstars hier nach das heißt dass einige vielleicht sagen guck mal der ist halt immer noch da sprich vorläufig erstmal so ein bisschen die abwärtsbewegung tenor ich würde mich nicht wundern wenn der dax anschließend doch noch mal ein bisschen tiefer gehen würde es wäre ja auch durchaus verdient und hätte jetzt nicht so schlimme konsequenzen unbedingt wenn der markt mal ein bisschen runter geht allerdings kann sich das natürlich nachher auch ausweiten also zumindest mal bei 16.100 15.800 irgendwie sowas in diese richtung also so ein kleiner rücksetzer kann durchaus dann irgendwann mal in diese richtung danach erfolgen und vielleicht sogar noch mehr aber vorläufig jetzt erstmal sind alle anzeichen die wir jetzt hier im kleinen sehen noch nicht unbedingt notwendigerweise ein massiver abverkauf der hier zu erwarten ist das einzige etwas größere bild das auf dem wochenchart hier diese umkehrkerze ist das spricht so ein bisschen die sprache naja gib ihm doch mal hier ein paar dutzend oder paar hundertpunkte muss man sagen hier in dem fall okay also nicht der bullischste markt aktuell der dax ich würde die grüne kerze im tagesschart noch nicht überbewerten in anbetracht dessen wie sie zustande gekommen ist bin ich da im moment noch eher vorsichtig schauen wir also erstmal nach amerika und wie es da aussieht auch da ist die bewegung vorläufig nach oben ausgerichtet wir sehen das hier beim dow future der heutige tages candlestick hier sieht ja ganz bullisch noch aus insgesamt auch die bewegung hier viel dynamischer nach oben also wenn ich mir das angucke der vordere teil da hatte ich gestern noch so ein bisschen gesagt so richtig doll ist es nicht aber jetzt kriegen wir zumindest mal hier ein bisschen schwung wieder rein also sieht noch danach aus als ob wir dann noch ein bisschen mehr schwung nach oben eben erwarten könnten aber auch hier müsst ihr damit rechnen dass diese bewegung die wir hier haben so langsam aber sicher mal dem ende entgegen geht wenn es korrektiv runter geht anschließend sogar noch mal weiter hoch wenn es dynamisch runter geht ja dann auch noch deutlich tiefer unter umständen aber wie gesagt das hängt sehr von dieser bewegung ab und die schauen wir uns dann natürlich an wenn sie entsteht aktuell allerdings ein ganz klar bullisches zeichen der markt nach oben gerichtet das andere ist relativ schnell rücksetzer tendenziell eher korrektiv so richtig scharf korrektiv ist es nicht aber nachdem wir da jetzt so nach oben geschossen sind sicherlich dann schon das ist beim s&p auch nicht großartig anders ihr seht das hier auch auf tagesebene immer noch alles im grünen bereich tatsächlich und jetzt auch kann es kaum wahrnehmen ich zeige das noch mal hier eine stufe größer zoom noch mal raus das ist das hoch vorsichtig das hoch was wir beim future haben das ist hier also der s&p mini future in dem man hier eben hat und der hat jetzt ebenfalls diese linie hier durchstoßen das heißt neues allzeithoch auf future ebene wenn man das mal so sagen darf damit ist er allerdings auch in die blaue zone eingedrungen die kann ich ein bisschen nach vorne schieben das ist nicht so sehr auf zeit jetzt aus aber wir sind jetzt also quasi auf der höhe wo wir gesagt haben hier irgendwo ist eine realistische chance für den dreh ein bisschen höher kann das ja noch gehen es gibt im moment auch noch gar keine anzeichen für irgendwie was für die short seite also bitte jetzt nicht blaue kiste erreicht hier jetzt muss er sofort drehen nein das muss er nicht das ist nur eine chance dass es ab jetzt dünner wird mit den käufen wenn die marktteilnehmer dann sagen hey cool aufgabe abgearbeitet wir sind ungefähr da wo wir ihn haben wollten jetzt können wir uns freuen wenn der dreh tatsächlich kommt gewinne mitnehmen bonus einstreichen für das jahr fertig damit müssen wir rechnen dass das mehr und mehr relevant wird die woche neigt sich dem ende naja sagt jemand am dienstag naja das noch nicht unbedingt das jahr neigt sich aber dem ende und diese woche ist dann wohl die letzte offizielle handelswoche in der nächsten ist es sicherlich nicht mehr ganz so weit her mit dem klassischen mit dem normalen handel da müssen wir damit rechnen dass viele marktteilnehmer urlaubs mäßig dem markt fern bleiben bücher geschlossen werden und dass es dann erst im nächsten jahr weiter geht also seid vorsichtig mit weiteren longs das heißt nicht dass das nicht noch erlaubt ist wenn ihr auf intraday basis da irgendwie was seht warum nicht aber rechnet eben gesagt wie mit dem mit dem dreh zieht stops hinterher auf tagesebene finde ich die beim super trend und parabolik hier beim s&p zu weit weg da würde ich eher irgendwie was im vier stunden chart empfehlen damit man hier einigermaßen dran bleibt an der aktuellen geschichte aber wie gesagt es wird immer eminenter dass da irgendwie was tut also dass sich was tut und zwar auf der drehmäßigen seite wie sieht es beim nasdaq aus nasdaq future ebenfalls tapfer auf dem weg ihr seht auch hier sind wir da an der entscheidenden marke future bedingt jetzt ist jetzt nicht der index sondern der future also auch hier wird das durchaus realistisch dass hier ein dreh passiert wir haben ein bisschen mehr hin und her gezappelt hier wenn wir uns das mal angucken also eine realistische chance und dass der kurs hier so langsam auch den mut verliert aber noch nicht wirklich harte anzeichen also nein überhaupt gar kein anzeichen die ersten anzeichen die wir haben ist dass die aufwärtsseite nicht mehr so richtig dynamisch ist aber es gibt im moment noch keine anzeichen dafür dass die marktteilnehmer bock haben auf drehen wenn die anderen das noch nicht machen wenn die anderen noch keine lust dazu haben werden wir das ganz sicher er auch nicht machen merkt euch das als grobsatz wir wollen keine sonderkamellen hier oder sonderform haben wenn der markt steigt dann gehen wir nicht auf die shortseite ja auch wenn wir es befürchten müssen aber das hatten wir auch schon hier befürchten müssen hier befürchten müssen da befürchten müssen überall zwischendrin mal befürchten müssen dass der markt mal runter kommt solange er es nicht tut machen wir es nicht lasst euch da nicht einlullen von der idee es müsste langsam ja es muss langsam aber solange es nicht passiert ist alles erstmal noch vorläufig auf der longseite ausgerichtet das ist im intraday chart aktuell immer noch so es gibt noch keine echten anzeichen dafür wie sähe das übrigens aus wenn die anzeichen dafür entstehen würden also für die shortseite ließe ich mich begeistern wenn wir so eine scharfe abwärtsbewegung bekommen eigentlich so ähnlich wie wir das hier haben das wäre schon so halbwegs etwas womit man was tun kann machen wir ruhig das experiment denn das lehrt uns gleich mehrere sachen eigentlich das was wir hier sehen das hätte schon irgendwie was im sinne von 1 2 3 4 5 wäre das für mich eine scharfe abwärtsbewegung und ihr seht hier haben eine gegenbewegung hier haben eine gegenbewegung sind überschneidungsfrei ist also für mich vorläufig erstmal eine haupttrendrichtung das muss nicht so sein aber die chancen dass das eine neue haupttrendrichtung sind sind die besseren so hört hört das heißt wir suchen nach einer short gelegenheit dafür müsste es jetzt wackelig hoch gehen und wir müssten die unterseite getriggert bekommen so und wenn wir das nochmal angucken hier ist das wackelig hoch ja ist es ein bisschen harmlos von der länge am liebsten habe ich das wenn es ein bisschen passender ist von der länge aber es ist wackelig immerhin da hingekommen ich mache es jetzt nur mal so grob wo wir eigentlich diese bewegung gerne hätten also von der seite aus passt das wie gesagt einzige nachteil ist wenn das die gesamte abwärtsseite ist also zeitlich von hier nach da dann finde ich diese korrektur relativ kurz na gut aber darüber könnte man ja nachdenken und wenn man jetzt hier an der stelle gesagt hat dann kann ich ja short gehen das ist durchaus ein ansatz den ich okay finde denn mit ausnahme der relativ kurzen geschichte das macht mich immer so ein bisschen ja da stelle ich dann immer die frage ist das wirklich die volle korrektur schon gewesen oder müsste die nicht eigentlich eher noch so damit sie eben ein gutes stück länger ist dann wäre später hier der trigger aber bleiben wir mal bei der geschichte wenn wir uns die historie jetzt mal anschauen und sehen wir das hätte ja gar nicht geklappt der kurs ist doch dann nach oben weggegangen ja also diese zweite idee die ich angedeutet habe das 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 die ist gut wurde aber nie getriggert der kurs ist ja nach oben raus wissen wir inzwischen schon wer hier allerdings short gegangen ist der lag jetzt hier offensichtlich falsch also da eigentlich hier an dieser unterseite lag falsch aber wir dürfen eins nicht vergessen bei der idee unser risiko wenn das wirklich das hoch ist ist quasi diese strecke und unsere gewinnseite ist ja diese länge in etwa da unten nochmal das heißt unsere gewinnseite ist im vergleich das hier und da seht ihr was einen wesentlichen teil eines traders ausmacht nicht immer richtig zu liegen auch wenn man sich das natürlich wünscht und wenn ich nur gut genug bin mache ich kein negativ trade mehr nein sondern die gestaltung so zu haben dass man sagt naja gut wenn ich daneben liege ist das ja ein vielfaches weniger was ich da im risiko habe als das was ich auf der gewinnseite habe also ihr seht ich habe jetzt bewusst mal dieses negativ beispiel gebracht damit ihr nicht den eindruck habt das klappt immer das kann gar nicht schief gehen und wenn es bei mir aber schief gegangen ist habe ich was falsch gemacht nein wenn ihr das gehandelt hätte hätte da habt ihr grundsätzlich nichts falsch gemacht das war in diesem konkreten fall nicht vorteilhaft ja aber wenn ihr das in fünf in zehn verschiedenen situationen macht dann werdet ihr vielleicht die hälfte der zeit falsch liegen die andere hälfte der zeit richtig liegen wahrscheinlich liegt ihr vielleicht sogar etwas besser als die hälfte der zeit aber tun wir mal so das heißt ihr verliert fünf mal diese strecke gewinnt fünf mal diese strecke die differenz aus beiden ist das was ihr als gewinn nachher auf dem konto zusätzlich habt also mir ist das ganz wichtig dass ihr das versteht dass ihr nicht denkt wenn ich nur eines tages gut genug bin dann bin ich immer auf der richtigen seite und ich kann euch jetzt schon versprechen werdet ihr nicht sein und ist auch nicht die aufgabe also merkt euch das es kann schief gehen aber selbst dann ist es von der gestaltung von euch dann hoffentlich so vorgenommen dass es für euch tendenziell vorteilhafter ist besser ist und ihr eben nicht darunter leiden müsst so ähnlich sollte das dann hier hinten auch aussehen idealerweise dazu haben wir da ja ein fehlversuch vielleicht schon gemacht dann vielleicht also das war jetzt hier nicht wirklich praktikabel es war nachts um fünf da ist ja wahrscheinlich keiner großartig short gegangen aber so ähnlich könnte das hier hätten ja auch aussehen die chance ist dann relativ hoch dass ihr es dann allerdings ja richtig dann eben da in die umsetzung bringen könnt und das für euch dann entsprechend vorteilhaft ist so viel mehr kann man eigentlich im moment nicht sagen soll man jetzt sagen jemand short nee auf welcher basis denn soll man sagen geh jetzt noch long na wenn dann wartet auf kleine rücksetzer die können ja ruhig im kleineren sein so ähnlich wie hier natürlich in der korrektur phase hier ist vielleicht noch schöner das 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 sieht sehr nach einer bullenflagge aus also wenn ihr solche sachen seht das sind immer indizien insbesondere wenn das möglichst gut ist hier hinten sieht das nie mehr so doll aus ehrlich gesagt wie ein gebrauchter impuls aber wenn das ein bisschen schöner aussieht hier und dann kommt hier so eine flaggenformation sagen einige dazu oder eben ein korrektivmuster dann nochmal in die stärkere richtung zu handeln das klingt nicht nach der schlechtesten idee die man haben kann und deshalb meine anregung für euch wenn ihr intraday da noch mal ein bisschen drauf gucken wollt achtet auf sowas rechnet aber wie gesagt damit dass alle indizes in jahresendstimmung geraten alle ihre aufgaben erfüllt haben weit genug gelaufen sind richtung allzeithoch beziehungsweise allzeithochs erreicht überschossen sogar und dementsprechende recht realistische chancen haben dass der dreh bald kommt hier nasdaq und s&p haben vielleicht noch ein bisschen luft aber dow jones und dax die haben ihre aufgaben alles schon erfüllt und dementsprechend machen sie da ja auch einen etwas müderen eindruck so dann hoffe ich dass ihr nicht müde seid dass ihr vielleicht doch neu die letzten tage nutze ich noch mal für ein bisschen was dafür drücke ich euch auf jeden fall die daumen bis zum nächsten mal